Hallo, Hallöchen, meine Damen und Herren, schön, dass ich Sie begrüßen darf zu einer neuen Folge Rabenforst. Ich hab's diesmal geschafft. Hallo Minias. Nicht Tudeln und Wolfs zu sagen, meinst du? Nee, eben, ja, ja. Es ist schwer für mich. Es glaubt immer mal keiner, aber... Letzte Folge war es nicht schön, weil ich hab den Molli erst mal vom Boden gefallen lassen. Witzigerweise hat mir nicht weh getan, dass schon mal... Ich hab gebrannt. Ich hab für dich gebrannt. Oh, hier sind tote Zombies Unmengen. Wo? Durch die Spitzen? Ich komm runter. Und alle Looper. Oh, die Spitzen sind noch gut aus. Die sind gut aus, du. Aber was mir jetzt gerade auffällt, man sieht jetzt nicht unbedingt, welche Spitzen angeknackst sind, oder? Sehe ich das falsch. Ja, vielleicht sind die auch gar nicht richtig angeknackst, oder so? Das ist natürlich eine positive Sache. Da ist jemand aufgestanden, der hat noch gerade übernachtet. Wir machen heute einen Ausflug, denn wir müssen für... Wir brauchen unbedingt Munition. Hinter dir ist auch noch einer, aber der kommt nicht so weit. So, auf sie mit Gebrüllen. Oh, daneben. Oh, das. Na, hat's weh getan. Mist. Oh, Mann. Ja, es ist... Ja, bitte? Nee, der kam so in meine Richtung, du hast ihn noch erwartet und dann... ...hag eigentlich erwartet, dass ich da jetzt besser... Ja, rein informativ. Wir haben zu dieser Folge, weil der Surfer gespackt hat und ich ja in der letzten Folge auch gar nicht an meinen Rucksack gekommen bin, haben wir jetzt mal den Schwierigkeitsgrad auf Level 3 gesetzt, weil der falsch mal geweint hat die ganze Zeit. Ohne eure Kommentare abzuwarten. Wir gucken einfach mal, wie sich das verhält. Ah, schön, dass du das schön bei mir jetzt auch ablässt. Na ja, natürlich. Da wird die Wahrheit weg, einfach für mich wahrgenommen. In welche Richtung? Lass uns mal auf die Map gucken, wo wir noch nicht waren. Das war einfach... Oh, Skelett. Kennst du schon die Skelette? Ja, hättest du schon gehabt. Okay, in welche Richtung waren wir noch nicht? Nehmen wir den jetzt weg, oder? Nehmen wir den jetzt auseinander? Nee, der ist ja C, das dauert. Lass uns mal Richtung Norden gehen. Also lass uns mal durch die Stadt Richtung Norden gehen. Oh Gott, das ist ja auch schon eh nicht anders. Oh, tot. Nein, ich loot. Ja, komm. Richtung Norden. Lass uns Skelett in Ruhe. Ja, ja, lass uns Skelett in Ruhe gehen auf der Straße Richtung Norden. Dann lass uns hier zu dem weißen Turm. Hinter dem Trader. Den Rest haben wir eigentlich schon da auf der linken Seite. Ne, lass uns mal ganz durchgehen. Ganz in den Norden, bis die Stadt endet. Weil da ist noch nicht aufgedeckt bei mir. Ich weiß nicht, ob du schon weiter warst in Richtung Norden. Denk an die Bomben. Na, na. Ich renne jetzt nicht rechts rein. Die Rogaine lassen wir auch mal. Ich glaube, wir haben das ja für die bestimmte Schwierigkeiten. Schwierigkeitsgrad wirklich nur die Haltbarkeit der Zombies. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich bin da, ja, ja. Bin zu schnell. Wo ordnest du, kleinen Jack? Ne. Also, ja, klar immer. Aber, ne, in dem Fall. Oh, ich hab Twine gefunden. Das ist schon mal positiv. Twine, Twine, Twine. Twine gehabt. Twine gehabt. So, was ist denn hier hinter? Ist hier wirklich Schicht im Schacht mit der Stadt? Oh. Wann ist das Gebiet? Dahint ist übrigens nochmal so ein Freefall Tower, ne? Ähm, Moment. Ich hab hier mal... ...ne angeknackste Tür. Die nehm ich noch mit. Skilgst du eigentlich immer gleich, deine... Deine was? Wenn du einen Levelaufstieg hast? Ähm, ne, ich hebe mir das eigentlich immer ein bisschen auf, um eventuell... ...wenn irgendein Skill jetzt einfällt, weißt du, der sich lohnt. Ja, ja. Save. Also, ich... Ne, ne, ich hab meist so 15 Punkte oder so über. Okay. Um einfach dann entscheiden zu können. Ich stehe in den Fass. Hör, nehm mit. Burning Barrel. Steht da einfach rum. Lass mal hier so ein bisschen Richtung... Siehst du diesen anderen hohen Turm, weißt du den? In den Out-Turm, da. Und? Will ich den? Ja. In die Richtung. Oh Gott. Ja. Da schwebt sich ein Zombie zu mir. Schwuppt? Der schwebt sich. Wo ist denn hier bei der Police Car? Der Punkt A. Da. Da. Oh, geil. Jetzt. Sieht das geil aus. Das Polizeiräte sieht aber der Hammer aus. Ja. Also, ich freu mich halt schon richtig, wenn Alpha 17 da ist mit Autofahrmodellen und dann kann man halt diese ganzen Modelle fahren. Oder vermeintlich, ne? Geh mal hier rein. Willst du hier rein? Ich will nur mal gucken, was das ist. Reinschnubbern. Oh, krass. Äh, ein Swinger-Club. Wie krass. Wir liegen... Oh, was? Ich hab' ihn angegeben. Achtung. Ah, ist ganz tot. Äh, die anderen sind da noch. Sind da drin. Warte, 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 warte. Oder... Ja, da kommt ein anderer mit... Pass auf, dass er hinter sich... Gut, dass... Das hast du für eine Durchschlag gekauft, das ist ja... Ich hab' ein bisschen, äh... Es gilt ja. Das ist jetzt aber schon eher mein... Was ist das für ein Laden? Hinter uns. Oh, ist das süß. Wer lebt denn noch? Nicht mehr. Oh. Oh, hier ist ne... Hier ist ein Gunback. Oh, das ist ein Burning. Burning Man. Da bin ich... Der will mich... Mich jetzt... Warum? Warum? Was denn? Was denn? Achso. Ich wollte nur einen Sneaker fahren. Söte ich nicht. Kämpf weiter. Ich hab' noch einer bestimmt, oder? Ich hör' noch was. Okay. Nach, nach. Achtung, hier ist's. Also mit dem... Ja. Ich nehm' mich nicht. Gib' ihm. So. Können wir die nicht looten? Hier liegt es richtig staff, glaube ich. Ja, man kommt. Nein, der, 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 der kann sich an, wir sehen nicht die Gerechtigkeit. Was ist das denn für ein Laden? Warum sind die im, im, im Knast hier? Oder soll das hier so ein Swinger-Club sein? Oder was, was ist hier los? Du musst nur hier rinnen kommen. Scheiße. Die krempfen sich gerade durch die Front. Oh, die sind, äh, Sportsbacks. Ja. Hose. Das ist kein Sportsback. Das ist... Aber guck mal da hinten noch, da ist bestimmt noch ein Kabinett. Das Kabinett wird sich. Kabinett ist groß. Ja, wie sagt man, Sportsback? Das ist schon. Ich meine, so ein... Ja, es tut mir leid, dass ich ihn alleine gelassen hab. Das war eine normale Art, aber das Screenshot ist dann schon wichtiger. Ich stehe hier. Unturned. Als dein Überleben. Ist schon wichtig. Auch. Kommen wir hier vielleicht von unten rein, dass wir das... Das hier zerschlagen. Tja, 200 Punkte, komm. Ja, aber du musst ja in die Tiefe auch noch, Kerl. Nee, wir müssen nur noch eins rüber. Prüßt. Pass auf, voll die Macht. Seit wann kann man denn nur eine... Ach du, ah, ich verstehe. Loot nur hier unten drunter durch. Ja, ich verstehe. Du bist wesentlich schlauer als ich, also merke ich auch immer wieder. Ich hab hier noch einen, ne? Ach so, shit. Ja, lass uns lieber die anständigen Häuser wegnehmen, oder? Ja, aber das war so ein dicker Zomi. Würde ich gerne... Oder ist das hier... Loot-technisch egal? Oh, das weiß ich nicht, wie der Loot verteilt ist. Ich hab jetzt Web-Repair-Cats im Auto gefunden. Ich wollte doch hin zu diesem Turm. Wie viel haben wir? 7.25 Uhr. Wir haben noch Zeit. Alles easy, alles gut. Entspannt. Das ist ja auch schick, das Auto. Hier ist ein kleiner Laster. Lieb's drin. Sechsmal Kleber hatte der dabei. Das war ein Kleber-Laster. Die Kleber-Kleber-Lieferung. Genau. Klaus-Kleber-Lieferung. Ich find das Mutterrad echt schick. Mit dieser Winchester-Tasche vorne dran, oder wie man das nennt. Das ist ein bisschen wie aus Indiana Jones, der Bock. Äh, du folgst mir dann, ja? Ja. Ich hab mich immer noch in diesem Haus hier. Denn... Das Ding hat noch eine zweite Etage. Wah? Soll ich nochmal zurückkommen? Lohnt sich das? Nee. Ich weiß es nicht. Ich schlubber mal. Bevor du kommst. Schlubber mal. Sag Bescheid. Ich würde mich... Ja. ... um Munition auch noch. Ich würde mich jetzt erstmal um Nester kümmern und so Sachen. Ein SWAT-Helm. Hier ist eine Kuh. Die kann man übrigens mit dem Holzeimer, den wir haben, kann man die angeblich melken. Oder ist das die Agro-Kuh? Ist das hier die Killer-Kuh? Oh, ne Pistole. Warte mal. Die werde ich noch kurz mal... Oh, Reeforst klappt. 9, 7, 6. Das... Scrap. Ich höre das auf, den Ding. Oh, oh. Ich höre ein... Hund-Wolf-Schräger-Aua. Irgendwo habe ich gerade was gehört. Im linken Ohr. So, wir machen uns die Kuh an. Jo, sie greift an. Ich wollte dich doch melken. Okay, du bist eine Ochse. Ich verstehe schon. Du willst nicht an den Schritt gefasst werden, weil... Das ist so witzig, dass jemand dich melkt. Alright. Die steht im... Im Bus drin. Moment, hier waren wir irgendwie schon mal... Moment, wir wollten ja richtig in den Norden, ne? Wo bist du denn jetzt? Oh, sind das für ein interessantes Gebäude da... Da hinten. Follow me if you can. Ich habe hier ein interessantes Gebäude. Okay. Ah, ich bin jetzt... Ja. Ich glaube, da waren wir schon mal... Oder war das mit dem Kaiser? Ich mache uns mal einen Eingang hier rein. Ich glaube, im Hinterhof ist der Pool. Oh, hallo. Die schlafen hier im Garten. Da will ich natürlich nicht stören. Hier ist ein Schwein. Das Schwein frisst den Zombie. Das ist ein Schutzschwein. Pass auf. Die sind gut. Ein Wachschwein. Ich habe hier aber auch hier... So einen komischen... Ähm... Truthahn, ne? Einen zerfetzten. Einen fliegenden. Einen Geier? Einen Geier. Oh, das Schwein hat voll den Zombieblatt gemacht. Hat zwar einen Moment gedauert. Jetzt geht es auf den nächsten Zombie los. Ja, das sind Kinderschweine. Können wir so ein Ding tamen, irgendwie? Wir sollten die halten, ja. Wir werden die Aggro machen, dann verfolgen die uns. Und dann halten wir die einfach um unser Haus herum. Dann ist wie so ein Pitbull. Das wäre doch eine Nummer. Das wäre doch eine Riesennummer. Learn to cook. Wenn man die irgendwie anlocken könnte. Nein! Homemade Rotationship. I have found the mining helm. This is very great action. Okay, du weißt schon, dass der mein ist. Weil du hast meinen mich kaputt machen lassen. Was? Kaputt machen lassen? Wieso? Du hast ihn aus Dummheit gescrappt? Genau, Schwein. Kill mich schon. Und jetzt kriegt sie in die Haxen. Das Schwein ist echt krass. Wenn wir uns die Schweine, die können wir doch, die verfolgen uns doch. Und dann packen wir die quasi in, äh, 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 um unsere Bässe herum. Lässt nicht von mir schon ab. Es ist ein hartdenkiges Schwein. Ein sogenannter Schweinehund. Der verbeißt sich. In seinem Opfer. Der ist ja hier noch ein Klo, oder was? Der ist einfach, ja. Ein Klo. Ist ja niedlich. Wieso ist denn Salz auf Klo? Und ein Blutpack im Küchenschrank, du. Mann, Mann. Und... Ah, Malki Water. That is nice. Die Hirsch, weiß ich, wo er hin soll. Achso, geht's nur hier hin. Ah, verstehe. Was, brauchen wir einen Kalipper brauchen wir? Ja. Dringendst einen Kalipper. Oh, hier ist ein dicker Bär. Uh, hier ist ein dicker Bär. Gibt's hier eigentlich Airdrops? Ja. Alle. Weg. Hier ist ein fetter Bär. Willst du den angucken, den Bär? Ich hätte den letztens gesehen. Nein. Oh, wir sind da hinten. Ich geh mal weiter Richtung Norden. Ich hab da was Interessantes entdeckt. Das sieht da im großen Multifarii Camp aus. Oh, oh. Mist, du hast mich. Ich bin lecker. Hallo. Hallo. Oh, oh, hallo. Hallo, oh, hallo. Hallo. Oh, hallo. Er kam hier so in die Ecke. Hallo. Oh, hallo. Ein Loch ist im Eimer. Ne, das war ein anderes Lied. Wieso noch möglichst viel Fehler mitzunehmen, damit, ähm, ich hab noch, ähm, 170 gerade. Ich bin ein Federschwein. Federtrüffel. Trüffelsuchwein. Oh, nein. Oh, schiesse. Ich bleede out. Ich bleede out. Beweg dich. Oh, Mist. Oh, benutze das. Oh, benutze das. Oh, Gatsch. Unias, wie geht's dir? Ach, ich hab ein First-Aid-Kit genommen. Oh, du hast ein First-Aid-Kit. Du glücklicher. Oh, was ist denn das hier? Ja, Military-Camp sieht so aus. Kommst du zu mir? Ja. Könnte ich hier noch loden? Ist das wirklich ein Military-Camp? Sieht so friedlich aus. Also, die sind auch... Ich sehe keine Minen hier rum, aber ich bin mir unsicher. Kennst du meine Skills in Sachen Minen? Atomminen. Was ist das? Klauen wir mal noch. Da sind Minen. Aber wie weit gehen die raus? Hier ist nämlich ein Weg. Try like you mean it. Ey, ich brauche echt mal deine Hilfe. Hier ist ordentlich was los. Alter, ich bin voll unterwegs quasi. Wirklich. Wirklich. Du bist voll unterwegs. Voll drauf hier. Oh, schwarzer Wolf. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was dir passieren kann. Was ist denn da denn? Ich hoffe, der wittert mich nicht. Hi, Jungs. Ich würde ja gerne mal ins Military-Camp, aber dann werden bestimmt auch noch andere kommen. Warte mal, hier ist doch... So ein Clipboard muss ich immer mitnehmen, du. Die Wrench ist... Äh... ...to need it. We need it. Der Crossbownerf needed to happen. Nein, ich brauche deine Hilfe nicht, Herr Fleisch. Aber ist alles gut. Ich komme auch allein. Das glaube ich ja nicht. Ich bin... Doch. Ich laufe Richtung Nordosten. Jetzt müsste es eigentlich schon wissen. Alles klar. Jetzt auf dem Weg. An der Feuerwehr vorbei. Im Lader. Durch das verbrannte Gebiet. Am Killerschwein. Was ist denn los? Weil es weiterhin immer noch Zombies killt. Dass sich da überhaupt nicht abschrecken lässt. Auch dieser Zombie ist tot. Ich finde ihn aber gerne Lootenschwein. Okay. Den lässt er mich nicht... Ah ja. Ne, der Zombie ist einfach wieder aufgestanden. Er hat den Schwein direkt wieder Agro gekriegt. Das ist doch lustig. Oh nein. Das ist ein anderes Schein. Ich bin bei dir, ne? Mhm. Jetzt. Auf sie mitgebrüllen. Warum lehnen sich nicht mehr die Hälse so? Oh, hast du durch mehrere eben durchgeschossen? Das sah halt so aus. Ich habe den Schrotstreuungs-Mechalismus bloß genug. Ja, zu zweit sind wir da schon together wieder strong, ne? Yes, I think. Yes, we can. Ne, ne. Oder so. jetzt muss man mich ganz kurz hier mein schitz grabben ach so dass du ich da schon wir sind durch mit der folge also ach so weiß bescheid so gut okay okay da ist eine mine in der säg er sind auf ich wusste nicht wie weit die vom weg weg sind wasser inwiefern die einen hallo ja letzte folge heute müsse sonntag sein wir hoffen dass wir heute damit uns aufnimmt deswegen machen wir an dieser stelle schluss ja military camp das haben wir im kaiser dann zusammen lud beziehungsweise wenn wir die neuesten folge am sonntag sind schwarzer wolf schwarzer zwei stück sogar eine horde okay dann können wir jetzt nicht abbrechen lasst ihr vorbeilaufen lasst ihr vorbeilaufen lasst ihr vorbeilaufen geh komm zu mir die sind einfach nur durchgelaufen oder was absolut macht's wo für diese folge wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren folge am montag dann hoffentlich mit dem spiele kaiser ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal habe ich lieb tschüss ich kann euch hoch was denn tschüss da sind noch mehr oh gott tschüss nachtzügler wolf